So, liebe Sportfreunde, herzlich willkommen. Ich stehe hier heute neben unserem Vorstandsmitglied der SK Rollhockey, Ralf Henke, zuständig für Leistungssport Herren. Und wir wollen ihn heute mal fragen, was da in den letzten 14 Tagen so im Herrenbereich alles passiert ist und können hoffentlich ein wenig für Aufklärung sorgen. Ralf, erklär uns mal, was da in den letzten 14 Tagen so passiert ist. Ja, wir haben vor gut drei Wochen in dem Vorstand der Sportkommission die Entscheidung getroffen, das Trainergespann abzulösen und uns für die Zukunft neu aufzustellen. Auch im Hinblick darauf, dass wir die Jugend und die unteren Altersklassen etwas mehr mit einbeziehen wollen. Leider hat es dann ein kleines Problem gegeben der Kommunikation, dass eine Information, die an den Trainer gehen sollte, nicht geheim gehalten wurde für einen Tag, sondern dass man eben per WhatsApp-Gruppe diese Informationen schon nach außen getragen hat. Das war nicht so gewollt. Diese Gespräche haben inzwischen auch stattgefunden. Es wird auch nochmal ein weiteres Gespräch geben mit dem Trainer und auch dem aktiven Sprecher. Ja, so ist das mit den neuen Medien heute. Das geht so schnell, da ist man nicht immer unbedingt dabei. Das ging vielleicht früher auf dem persönlichen Wege bzw. auf dem Postwege, alles etwas langsamer. Und somit muss man dann eben auch mit solchen Dingen umgehen lernen. Aber da sind wir hoffentlich auf einem guten Wege. Und ihr seht ja, dass wir auch neue Formate wählen, um euch in der Welt, in der Rollhockey-Welt draußen, die ja eigentlich sehr klein ist, relativ zeitnah zu informieren. Und deswegen steht natürlich jetzt die Frage im Raum, Ralf, wie wird es im Bereich Herren weitergehen? Ja, wir freuen uns erstmal, dass wir im Bereich Herren eine, so wie wir denken, gute Lösung gefunden haben. Der Tobias Wallen wird nach eigener Aussage seine Karriere beenden nach der Saison und wird aus dem Trainerschaft der U20 dann aufrücken und die A-Nationalmannschaft übernehmen. Und es ist uns gelungen, auch nach einigen Jahren den Ralf Schenger wieder zurückzuholen zu uns, zum Rollhockey, der bis vor vier Jahren sehr aktiv im Bereich der Nationalmannschaft unterwegs war. Zuletzt auch 2016 nochmal bei der Europameisterschaft dabei war. Und mit dem Ralf haben wir einen sehr kompetenten Trainer, der auch im Besitz sämtlicher Lizenzen ist, die es so gibt. Und können da ganz sicher für die Zukunft in rosigen Zeiten entgegensehen, so hoffe ich. Ja, dann wünschen wir den beiden noch alles Gute und hoffen mal, dass wir die heute auch noch vor die Kamera kriegen, damit ihr draußen in der Rollhockey-Welt Deutschland das ganz schnell von den beiden auch persönlich erfahren könnt. Herzlichen Dank und noch einen schönen Spieltag heute. Danke. Liebe Sportfreunde, ich hatte euch versprochen zu schauen, ob ich denn die beiden nominierten neuen Trainer, die Ralf Henke vorhin verkündet hat, vor das Mikrofon bekomme. Und das ist mir gelungen und ich bin ganz gespannt, was die beiden uns zu sagen haben. Ich darf vorstellen, der neue Nationaltrainer der Herren A-Kategorie, einmal Tobias Wahlen und Ralf Stenger. Tobias, die meisten haben noch in Erinnerung, dass du als Trainer gerade noch mit der U20 erfolgreich unterwegs warst. Wie kommt dieser Schritt zustande? Wer hat dich angesprochen? Was hat dich bewogen, das tatsächlich in Angriff zu nehmen? Ja gut, nach der Europamesserschaft in Portugal, die wir meiner Meinung nach sehr gut abgeschlossen haben mit dem jungen Team der U20, war mir eigentlich klar, dass ich die Arbeit beende im Verband und die neue U19, die ja aufgrund der Altersumstellung von U20 auf U19 gemacht wurde, nicht weiter betreue, da es einfach ein Team von Alexio ist und auch ich mir ein bisschen mehr Ruhe gönnen wollen würde. Dann bin ich aber angesprochen worden vom Vorstand der SK mit Ralf Henke auch, ob ich mir vorstellen könnte, eben nicht auszuscheiden als Trainer oder Co-Trainer oder Unterstützer. und ich habe mich dann ein bisschen beraten lassen und habe dann doch zugestimmt, dass ich bereit bin zu helfen, wenn es was zu helfen gibt. Und ja, seit ein paar Tagen ist dann jetzt auch klar, wie konkret das geworden ist und bin jetzt froh, dass ich den Schritt machen konnte, der natürlich ein großer ist, aber ich glaube, dass ich in den letzten Jahren einiges gelernt habe auf den Posten und mit mir an meiner Seite den Ralf Stenger natürlich als absoluten Fachmann habe, den ich auch schon lange Jahre kenne, mit dem ich selber trainiert habe und hoffe, dass ich mit ihm viele, viele Nationalspieler dazu motivieren kann, dass wir was ganz Großes angreifen können, dass wir mit der U17, mit der U19, mit der U15 zusammenarbeiten, dass wir ein großes, ganzes Deutschland kreieren und nicht nur, ja, also dass wir über den Tellerrand hinaus gucken und nicht nur unser Team sehen, sondern dass wir den gesamten Verband nach vorne bringen können. Und da freue ich mich drauf und freue mich auf die nächsten Gespräche und auf die nächsten Schritte. Ja, soweit erstmal herzlichen Dank. Du hast es gerade schon gesagt, mit dem Namen Ralf Stenger und auch mit deinem Gesicht, Ralf, können wir natürlich in der Rollerke-Welt in Deutschland relativ viel anfangen. Das ist nichts Unbekanntes. Aber wie ich jetzt erfahren habe, bist du ja auch hauptberuflich durchaus in einer artverwandten Sportart unterwegs. Vielleicht kannst du dazu mal ganz kurz was erzählen. Und dann natürlich auch, warum du dir das zu deinem Beruf auch noch als Ehrenamtler mit dem deutschen Rollhockey antust. Ja, also wie gesagt, ich bin seit vier Jahren jetzt hauptberuflicher Trainer im Eishockey. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Wir haben da auch ähnliche Strukturen, die wir natürlich da auch betreuen, von U7 angefangen bis zum Seniorenbereich. Ich werde das auch weiterhin machen. Bin aktuell in Hannover, bei den Hannover Indians, bei den Young Indians als hauptamtlicher Trainer tätig. Bleibe das auch. Das hier ist ja ein Ehrenamt, was wirklich, ja, was mich auch ehrt. Als ich davon erfahren habe, es ging jetzt alles sehr, sehr schnell. Wie gesagt, ein paar Jahre kenne ich die ganze Geschichte schon. Tobi kenne ich schon eine Weile. Den Rest der Mannschaften eigentlich auch noch. Bis zur U19, hätte ich jetzt gesagt, zu U20. Man musste nicht lange mit mir sprechen oder überreden. Also für mich war das klar, als die Anfrage kam, da relativ sofort und spontan eigentlich zuzusagen, ja. Ja, wunderbar. Dann darf ich an der Stelle schon mal herzlichen Dank sagen, dass ihr dieses Amt überhaupt annimmt. Und ich denke, da wird jetzt eine Menge Arbeit auf euch warten. Viele persönliche Gespräche. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber ich sage mal, wir haben einen noch sehr gut funktionierenden Bundesliga-Kader, wo man viele, viele Leute akquirieren kann. Und die U20 hat erfolgreich gespielt. Also da kommt auch was hinterher. Du hast es gerade schon gesagt, Tobi. Es soll auf jeden Fall so sein, dass die Jugendarbeit an die A-Nationalmannschaft herangeführt wird und dass das eine Einheit gibt. Und wenn das funktioniert, ja, dann blicken wir hoffentlich alle in eine positive Zukunft im Bereich Rollhockey A-Herren-Nationalmannschaft. Herzlichen Dank an dieser Stelle und euch noch einen schönen Tag. Ich weiß, der Tobi sitzt schon auf heißen Kohlen, weil der muss heute noch ab ins Tor. Dankeschön.